Hörn Sie mal, ist es genauso warm? Boah, da ist ja ein Wetter, da zählt ja schon doppelt das Wetter. Ich dachte, hier wäre ein bisschen kühler, aber nix. Obwohl ich sie gerade sehe, hören Sie mal. Ja, ich habe da, ich habe da was, ich habe da was. Habe ich ganz vergessen, man wird ja rammdösig im Kopf. Ich habe da was, passen Sie mal auf, ich habe da was. Kommen wir hier, kommen wir hier. Ja, da gucken Sie mal, da gucken Sie. Ich habe nämlich einen Bekannten, der hat ein Sportflugzeug. Ich gehe so mit dem auf einen Sportflugplatz. Und dann ist es ja, wenn die Flugzeuge diese Besitzer sehen, die fallen ja alle vom Glauben ab. Und wenn die Flugzeuge vom Glauben abfallen, meinst du, was denen am ersten abfällt? Richtig gerade, die liegen da rum, der ganze Hangar, da wo die Dinger stehen an der Seite, alles weg. Ja, habe ich mir ein paar mitgenommen. Und wo das so warm wurde, ich denke, ich dreh durch. Ich denke, wieso soll ich drum durchdrehen? Das lasse ich jemand anders machen. Guck mal hier. Einmal schieben, tun wir doch alle gerne, ne? Und dann... Ja, es wird besser, es wird besser, es wird besser. Nur was.